Winhardt hat sich für eine Zwischenbemerkung bereits gemeldet, sodass die weitere Zwischenmeldung, sie ist bereits gelöscht worden von der AfD-Fraktion, natürlich hinfällig ist. Herr Winhardt, bitte. Herr Vizepräsident, herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Kollegin Guttenberger. Ich verstehe Sie, dann könnten Sie mir ans Mikro gehen, bitte. Selbstverständlich kann ich ans Mikro gehen, das ist kein Problem. So, Sie haben vorhin die Kriterien aufgezeigt, die ein Kandidat mitbringen soll. Da hätte ich eine, die erste Frage dazu. Und zwar bezweilen Sie, dass der Herr Ulrich Singer Integrität besitzt, die Verschwiegenheit und die Qualifikation für dieses Amt. Die zweite Frage war, Sie haben vorhin behauptet, dass Kollegen unserer Fraktion vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Haben Sie mehr Informationen als wir und wer sind diese Personen? Ich habe gesagt, dass Mitglieder der AfD von... Also sollte ich das anders formuliert haben, nehme ich das zurück.